Willkommen zu unserem Podcast, das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, ihr Lehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Emerson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful World Baptistengemeinde in den Vereinigten Staaten. Und ich bin Anselm und heute geht es weiter mit dem ersten Thessalonischer Brief, Kapitel 3. Also, ich bin in vielen Baptistengemeinden aufgewachsen und ich habe nie in meinem ganzen Leben ein Predigt von diesem Kapitel gehört. Und vor vielen Jahren habe ich dieses Kapitel ausfindig gelernt und es war sehr schwer für mich, das auswendig zu lernen und ich fragte mich, warum es so schwer war und ich merkte, dass ich nie in meinem ganzen Leben ein Predigt davon gehört habe. Und ich glaube, dass es ist, weil so viele Baptistengemeinden glauben, dass die Entrückung passiert, bevor der Trübsal. Und dieses Kapitel passt nicht sehr gut in diese Lehre. Ja, ich verstehe. Und die Tatsache, dass dieses Kapitel so wenig gepredigt wird, macht es mir interessanter. Ich meine, jetzt wollen wir wissen und die Zuschauer, was drinsteht. Also, fangen wir an. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Und hier wir sehen, dass ein Mann Gottes, zum Beispiel Timotheus, ist hilfreich, unsere Glaube zu stärken und uns in unserem Glauben zu trösten. Aber viele Leute heutzutage meinen das, oh, wir brauchen nicht einen Leiter oder einen Führer. Ich folge niemanden, ich folge nur Gott. Und niemand bringt mir bei. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich habe viele Leute, also viele Leute sieht man online, auf Facebook, wo auch immer in Gruppen, die sagen, ich gehe in keine Gemeinde, weil alle Gemeinden sind falsch. Ich meine, okay, in Deutschland ist es wirklich ein Problem mit guten Gemeinden, das ist schon so. Aber sie haben einfach von vornherein diese Haltung, ich gehe in keine Gemeinde, ich lese nur selbst die Bibel, weil andere können ja falsch liegen. Aber sie liegen falsch, weil wir sollen uns unterordnen. Wir sollen Lehre und Korrektur annehmen. Und wir brauchen andere Menschen. Ja, genau. Und es ist sehr stolz, wenn man sagt, oh, ich folge niemanden, ich folge nur den Herrn Jesus Christus, weil in der Bibel gibt es viele Beispiele von Männergottes und Leute folgten sie. Ja, komm mit mir und sieh meinen Eifer für den Herrn. Und hier, Timotheus ist zu ihnen geschickt, damit er sich stärke und tröste in ihrem Glauben. Vers 3. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Und die Leute, die glauben, dass die Entrückung kommt, bevor der Trüb soll, sie sprechen ständig von Kapitel 5, Vers 9. Wo es dann heißt, dass wir nicht zum Zorn bestimmt sind. Ja, genau. Es sagt, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und sie wiederholen das immer, dass wir nicht zum Zorngericht bestimmt sind. Aber es sagt hier in diesem Vers, dass wir doch zu Drangsalen bestimmt sind. Oder wie es sagt in der Luther-Übersetzung, zu Trübsal bestimmt sind. Weil Trübsal und Drangsal sind das Gleiche. Ja, das ist einfach nur ein anderes Wort. Aber ich meine, Drangsal, Trübsal ist natürlich schwierig zu ertragen. Und vielleicht könnte man sich denken in dieser Zeit, oh, das ist so schwerer. Vielleicht ist das Gottes Zorn. Weil es sich vielleicht so anfühlt wie Zorn. Weiß ich nicht. Aber man muss es eben trennen voneinander. Es ist nicht Gottes Zorn. Denk daran, das Buch Job. Das war ein Drangsal, oder? Das war eine Trübsal für Job. Aber war das der Zorn Gottes auf ihn? Überhaupt nicht. Weil Trübsal in unserem Leben oft ist das Verfolgung. Und das kommt nicht von Gott. Gott verfolgt uns nicht. Aber schlimme Leute verfolgen uns. Oder der Teufel verfolgt uns. Und wenn wir denken an die große Trübsal, Endzeiten, der Teufel wird wieder die Christen kämpfen. Er wird Christen verfolgen. Er wird sie hinrichten lassen. Und Gott lässt das eine Zeit lang zu. Aber diese Zeit wird verkürzt werden. Ansonsten könnte Kleinfleisch gerettet werden. Das heißt es auch. Und es steht einfach fest, dass wir Bedrängnis haben werden in diesem Leben. Weil es auch heißt, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgen allein. Das ist nicht vielleicht. Wir sind dazu bestimmt, sagt die Bibel. Und die Bibel spricht von der Entrückung in Kapitel 4. Und wir glauben an der Entrückung. Aber weißt du, was vorher passiert ist? Die Trübsal zuerst. Danach die Entrückung. Und nach der Entrückung ist der Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes, das heißt Gott ändert Wasser in Blut. Und es wird Feuer und Zweifel vom Himmel regnen. Das ist der Zorn Gottes. Aber die Trübsal ist eher der Zorn des Antichristen. Nicht der Zorn Gottes. Genau. Und die Trübsal ist auch viele Kriege und Erdbeben, Flut oder solche Sachen. Und dann natürlich die große Trübsalverfolgung, ganz speziell von Christen. Und wir werden da sein. Wenn es passiert in unserer Zeit, werden wir für die Trübsal da sein. Aber wir werden weg sein, bevor der Zorn. Richtig. Wir sind nicht zu Zorn zubestimmt, aber wir sind doch zu Drangsalen zubestimmt. Und auch wenn wir nicht in Zeiten wohnen, werden wir kleinere Trübsalen erleben, oder? Natürlich. Wie schon zitiert auf dem Vers, wir werden, jeder, der gottesfürchtig lebt, wird Trübsal erleiden. Wenn Christen immer irgendwelche Trübsalen erleiden in ihrem Leben, warum würde diese letzte Generation anders sein? Und sie gehen weg, bevor die Trübsal, wenn alle anderen Christen in allen anderen Zeiten haben Trübsalen erlebt. Ja, und im Grunde genommen ist diese Vorentrückung, dass die Entrückung vor der Trübsal geschieht, eine sehr bequeme Lehre. Wir müssen uns keine Sorgen machen, wir werden vor der Trübsal entrückt. Und wahrscheinlich wird dann so ein Kapitel missachtet, weil man eben an diese Lehre glauben will. Was eine schöne Lehre. Es ist auch eine Hollywood-Lehre, weil es gibt ein paar Filme darüber. Left behind. Left behind, genau. Gibt es auch auf Deutsch. Fierce Fear. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sein. Paulus sorgt sich darüber, dass sie aufgehört haben wegen der Verfolgung. Weil das ist immer eine Versuchung einfach aufzuordnen und man kann sagen, was sonst könnte ich machen? Siehst du nicht die Trübsal, in der ich mich finde? Ich musste, was ich gesagt habe, zurücknehmen. Wenn jemand etwas aus der Bibel gesagt hat, gepredigt hat und andere Leute werden darüber wutend, und dann entschuldigen sich viele Leute für das Wort Gottes. Absolut. Und es ist eine Schande, aber sie machen das wegen der Verfolgung. Und Paulus sorgte sich darüber, dass die Thessalonicher das Gleiche gemacht haben. Dass sie einfach einknicken unter der Verfolgung, schwachen oder sonst. Schwachen oder sonst. Und für ihn ist das eine große Sache, er sagt, unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Also er sieht das nicht irgendwie als kleine Sache an, naja, okay, dann sind sie halt ein bisschen zurückgefallen. Für ihn ist das eine große Sache. Ja, er hat viel in diese Leute investiert und er will, dass sie weitermachen, dass sie bei der Sache bleiben und er will nicht, dass er so viel investiert hat und dann haben sie nur für eine kurze Zeit dem Herrn gefolgt, dem Herrn gedient. Und dann erfüllt sich, als ob alle seine Arbeit ist umsonst, weil sie haben aufgehört. Oder? Ja, ich denke, das ist ähnlich wie im Gleichnis des Sermons, da habe ich gestern ein Video dazu gemacht, wo es heißt in Lukas Kapitel 8, dass sie nur eine Zeit lang glaubten und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Wo es halt nicht um die Errettung geht, sondern es ist einfach Versuchung und sie knicken ein und fallen zurückgefallen ab. Vers 6 Und es ist sehr ermutigend, wenn wir sehen, andere Leute, wenn wir sehen, dass wir durch Drangsal oder Trudsal oder schwere Zeiten gehen und es ist so ermutigend, wenn sie feststehen, wenn sie nicht aufhören. Was mir dazu auch eingefallen ist, zu den Versen, die ich jetzt gelesen habe, wie sie sich investiert haben, das ist eine große Motivation zu sehen, wenn jemand anderes Gott dient, Jesus nachfolgt und dass man einen positiven Einfluss haben konnte. Das selbst ist ein großer Lohn. Ja. Bestimmt. Und weißt du, was er sagt in Vers 8, denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Also mit anderen Worten, er würde sterben, wenn sie nicht feststehen würden. So schlimm wäre das für ihn. Er fühlt sich aus, als ob er stirbt, aber jetzt ist er lebendig, weil sie bei der Sache bleiben. Ja. Und wir sehen auch bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden. Also nicht nur sie hatten Bedrängnis, Paulus hatte eben auch Bedrängnis natürlich. Und es ist ermutigend zu sehen, wenn andere auch Bedrängnis haben, wenn man nicht der Einzige ist. Dass man eben zusammen durchgeht und das geht wieder zurück zu dem Gedanken, dass wir eben andere Menschen brauchen. Und das Gegenteil auch, wenn wir andere Leute sehen, die aufhören, sie predigen etwas Gutes von der Bibel und dann nehmen sie es zurück, wenn es Verfolgung gibt. Das ist sehr entmutigend, oder? Total. So, wir sollten daran denken, dass andere Leute schauen uns an und sie werden entweder ermutigt oder entmutigt. sie schauen uns an und sie wollen uns sehen, ob wir weitermachen werden oder ob wir beugen werden. Beugen? Beugen. 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 Ah, Vers 9. Denn was für einen Dank können wir Gott zu eurem Wegen abstatten für all die Freude, die wir um eurem Willen haben für unseren Gott? Also er beschreibt ihnen wieder die Freude, er freut sich über sie. Es ist eine Freude, wenn wir zu jemandem predigen und diese Person wird ein guter Christ und dient den Herrn sehr viel. Das ist eine sehr große Freude und es ist eine Enttäuschung, wenn sie nicht weitermachen. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Und schon gesagt, aber in Vers 2, sie schickten Timotheus, weil sie Mängel in ihrem Glauben hatten, oder? Es gab einen Mangel. Vielleicht wussten sie vieles nicht oder waren in manchen Bereichen zurückgefallen in ihrem Leben. Und das ist eben wichtig, dass wir andere Menschen haben. Dass wir auf Leiter hören, die weiter als wir sind im Glauben und die uns helfen können, Mängel zu geben. Und ich denke an meine Eltern, ich denke an viele Pastoren in meinem Leben, als ich aufgewachsen bin, ich habe viele gute Pastoren gehabt und ich habe tausende Predigte angehört in meiner Jugend. Und ich würde nicht hier sein ohne all diese anderen Leute, die mir gepredigt haben und ich habe diesen anderen Leuten gefolgt. Jahr nach Jahr. Und es ist so wichtig, dass wir Führer haben, dass wir Leiter haben, dass wir Rolemodel haben. Absolut. Und diese stolze Leute, die sagen, oh ich folge niemanden. Das ist Blödsinn. Als ich zum ersten Mal Seele gewinnen gegangen bin, ich bin mit einem anderen Kerl mitgegangen und ich schaute ihn an und ich lernte von ihm, ich folgte ihn. Und bevor das, ich habe selbst die Bibel sehr viel gelesen und ich wollte andere Leute zum Herrn bringen. Ich wollte das Evangelium predigen. Aber es hat wahrscheinlich nicht funktioniert, ohne dass dir das jemand gezeigt hat, wie es geht. Genau. Trotzdem du die Bibel gelesen hast. Genau. Und ich bin in einem christlichen Zuhause aufgewachsen und ich war in einer Baptistengemeinde mein ganzen Leben und ich habe die Bibel durchgelesen und ich habe versucht das Evangelium zu Freunden, Familie zu geben und es hat nicht funktioniert, weil ich war nicht sehr gut. Ich predigte nicht gut. Ich wusste nicht, was ich machte. Und ich brauchte einen Leiter, einen Führer, der mich beibringen würde. Und als ich das gefunden habe, als ich eine Baptistengemeinde gefunden habe, wo man Seele gewinnen ginge und ich habe von anderen Männern gelernt, wie man das macht, dann hat es geklappt. Ja und wir sollten uns nicht schämen dafür, wenn wir anderen nachfolgen und uns ein Beispiel nehmen. Gar nicht. Das ist sehr biblisch und es klingt immer total spirituell, wenn wir sagen, ich folge niemandem, ich folge nur der Bibel. Aber wenn man wirklich der Bibel folgen würde, dann würde man auch anderen Menschen folgen. Und gute Förder waren in der Vergangenheit gute Nachfolger. Zum Beispiel Joshua. Wie sagt man auf Deutsch Joshua? Joshua. Joshua. Joshua hat Moses gefolgt und später war er der Leiter. Aber zuerst hat er Moses gefolgt. Und Elisha, Elisa, 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 er hat Wasser auf die Hände Elia gegossen. Also er hat Elia gedient. So ein Bild dafür. Und man könnte das verspotten und sagen, oh, du genosst Wasser auf seine Hände, du bist eine Sklave, du bist sein Knecht. Du bist ein Fußschimmel. Ja, genau. Aber, you know, das ist wie man lernt. Man hilft und folgt anderen Leuten und lernt selbst, wie man leitet. Oder? Ja. Und stolze Leute werden das nicht verstehen. Aber Stolz ist einer der größten Sünde in der Bibel, oder? Auf jeden Fall. Und so ein letzter Gedanke noch dazu beim Seelengewinn. Da können wir oftmals was voneinander lernen. Zum Beispiel als ich mit Bruder Moses Seelengewinn gegangen bin in Deutschland. Manchmal habe ich was von ihm gelernt, manchmal auch was von mir. Und ich habe so mit der Zeit bemerkt, dass ich ihm was beigebracht habe, dass er mir was beigebracht hat, dass wir unsere Präsentation des Evangeliums angepasst haben. Ja. Und das ist wichtig, einfach Gemeinschaft zu haben mit Brüdern. Ja, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch gesagt wird, aber Eisen mag Eisenschaft. Ja. Wie sagt man? Äh, Eisenschaft. Eisenschaft Eisen. Eisenschaft Eisen. Eisenschaft Eisen, ja. Ja, genau. Du weißt auch nicht, wie das auf Deutsch gesagt wird. Nein. Schätze noch. Ja, selbst aber Gott, unser Vater, Vers 11, und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmen werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Gleich wie auch wir sie zu euch haben. Wir haben euch lieb, ist was er sagt. Und erinnere dich daran, dass er wollte, dass sie im Herrn feststehen würden. Ja. Und er hat sie auch lieb. Ja. Wenn wir Leute lieben, das heißt, dass wir wollen, was für sie best ist. Ja. Oder? Wir wollen das Beste für sie. Richtig. Und das Beste für eine Person ist, dass sie dem Herrn dienen. Dass sie dem Herrn folgen. Weil die Freude liegt im Herrn, oder? Ja. Und gerade in dem Kontext hier mit Bedrängnis wäre es eben nicht das Beste für sie, ihm zu sagen, ach hört einfach auf, seid nicht so radikal, nehmt ein bisschen was zurück. Das wäre nicht das Beste für sie. Ich liebe euch und ich will nicht, dass ihr diese Drangsal erleiden. Und menschlich gesehen könnte man denken, das wäre doch das Beste für sie, wenn sie keine Bedrängnis haben. Aber das wäre ja nicht das Beste für sie. Überhaupt nicht. Das Beste für sie wäre eben, ihnen zu sagen, macht weiter. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Und Gott wird letzten Endes uns belohnen dafür. Gott wird uns durchtrauben. Ja. Er liebt sie und sie lieben einander. Und wir als Christen sollen alle einander lieben. Und einander ermutigen. Und einander trösten. Einander helfen, wie wir können. Und wenn Leute gehen durch eine schwere Zeit oder eine Drangsal oder eine Schulzahl, wir sollten sie unterstützen. Und nicht weg von ihnen rennen. Ja. Weil wir fürchten, dass wir auch damit mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen werden. Richtig. Und ich meine, ich habe selbst erlebt, dass ich nicht von allen Christen Zuspruch bekommen habe in Verfolgung. Überhaupt nicht. Von den meisten Christen wahrscheinlich, in meinem Umfeld zumindest, eher Widerspruch. Ja. Und das ist traurig. Sollte nicht so sein. Ja, man predigt das Wort Gottes, Verfolgung kommt und dann sagen viele Christen, oh, du hast das dich selbst getan. Das ist entmutigend. Ja, die Schwulen werfen einen Stein durch das Fenster von der Gemeinde und Christen sagen, ja, du hättest nicht so viel Hass gepenigt gegen den Schwulen. Und sie schämen den Opfer, oder? Sie beschämen das Opfer, ja. 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 Lächerlich. Wenn wir andere Leute lieben, werden wir das Beste für sie wollen und werden wir auch sie unterstützen, wenn sie verfolgt werden, nicht zu ihnen sagen, oh, hör einfach auf. Das ist nicht die Antwort. Vers 13. Damit eher eure Herzen stärker und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Mit allen seinen Heiligen. Und das geht, das passt zusammen mit was wir im Kapitel 4 lesen werden über die, über der Entrückung, weil im Kapitel 4 es steht, dass alle die Leute, die in Jesus schlafen, wird Gott mit ihm bringen. Also das bedeutet, dass er den St. Florian mit sich bringen wird und den St. Peter und den St. Paul, oder? Sind das alle katholischen Heiligen? Die Bibel sagt, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Alle Leute, die in Jesus schlafen, das heißt alle geretteten Leute wird er mit ihm bringen, als er kommt und wir werden sie alle treffen in den Wolken. Aber das heißt, dass alle die geretteten Leute, alle die in Jesus schlafen, sie sind Heiligen. Er kommt mit allen seinen Heiligen und die Bibel sagt, dass auch die Entschlafenen durch Jesus wieder mit ihm führen. Und im ersten Korintherbrief, am Anfang, er sagt, Paulus, berufener Apostel, Jesu Christi durch Gottes Willen und Sostenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Das heißt, dass die Leute, die berufenen Heiligen zu werden, sind die Leute, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Ja. Oder? Die Bibel sagt, an die berufenen Heiligen, das heißt, die in Korinth sind, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort. So alle die Leute, die gerettet sind, die ein Teil der Gemeinde in Korinth sind, sind Heilige. Ja. Und in allen anderen Orten auch. Die Leute, die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen, sind Heilige. Es ist nicht eine kurze Liste von sehr guten Leuten, die eine Kirche hat gesagt, oh, diese Leute sind Heilige, weil sie ein Wunder gemacht haben oder sowas. Ja, es ist nicht so ein katholischer Titel. Das ist meistens, was man denkt unter Heilig. Aber die Bibel definiert... Ich bin ein Heiliger. Richtig. Wir sind Heiliger. Alle Christen sind Heiliger. Ja. Und die Bibel sagt auch hier, Geheiligte in Christus Jesus. Wir sind in Christus Jesus geheiligt. Das ist in der Apostelgeschichte auch die Rede davon, dass Gott ihre Herzen geheiligt hat durch den Glauben. Also wir werden nicht heilig dadurch, dass wir irgendwie ein Märtyrer sind oder was auch immer, sondern... Wie wird man ein Heiliger? Er ruft an den Namen Jesu, oder? Ja. Er wird gerettet und boom. Er ist Heilig. Einfach aus dem Glauben. Fertig. Genau. Und als Jesus zurückkommt, wird er alle seine Heiligen mit ihm haben. Er kommt zurück mit allen. Und das ist auch was wir im Judas gelesen haben. Über die Zehntausende von seinen Heiligen, oder? Genau. Die er mitbringen wird. Zehntausende seiner Heiligen. Und am Anfang vom Judasbrief steht auch, das ist mir auch dazu eingefallen, da heißt es an die Berufenden, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus beworben sind. Also nochmals eben durch Gott geheiligt, das sind dieselben wie die Berufenden, das ist eine und dieselbe Gruppe. Und was hat Henoch gepredigt darüber in Judas? Von diesen hat aber auch Henoch der siebte nach Adam geweist, indem er sprach, siehe dir herst gekommen mit seinen Heiligen Zehntausenden. Mit seinem Heiligen Zehntausenden. Das ist genau was wir gesehen haben in Kapitel 3 und Kapitel 4 von 1. Thessalonicher. Aber das nächste Mal werden wir über Kapitel 4 reden. Genau. Das war's fürs Kapitel 3. Bis zum nächsten Mal.